Tabea, es war toll, aber da war mehr drin heute, oder? Ja, auch wenn man es nicht glauben mag, aber tatsächlich hätten wir in der zweiten Halbzeit eventuell doch noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Also ich bin echt super stolz auf die Mannschaft. Wir haben nach dem Hinspiel ein tolles Gesicht gezeigt und ja, darauf können wir aufbauen auf jeden Fall. Wie enttäuscht bist du jetzt? Ja, natürlich sind wir enttäuscht, aber ich glaube, wir können auch stolz auf uns sein. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir nach dem Hinspiel so wiederkommen. Immerhin haben wir 2-0 gegen Barcelona gewonnen und haben ein wirklich gutes Spiel gemacht. Natürlich ist es ärgerlich, weil die Chancen da waren, um vielleicht auch noch das ein oder andere Tor mehr zu machen. Aber ich bin primär einfach stolz auf die Mannschaft und auf das, was wir heute geleistet haben. Heute haben wir auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel gesehen als Hinspiel in Barcelona. Du hast eben gesagt, wie stolz du bist auf die Mannschaft. Was habt ihr heute besser gemacht im Vergleich zu dem Spiel in Barcelona? Ich glaube, wir standen einfach als Mannschaft kompakter. Jeder hat die Räume gefüllt, jeder ist für den anderen gerannt. Und es hat einfach viel besser geklappt als im Hinspiel. Und ja, wie ich schon gesagt habe, darauf können wir aufbauen und können einfach, oder sehen besser gesagt, was für Potenzial in der Mannschaft steckt. Und das macht einfach Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich versere veroten, es geht umsonst all. Und das macht mich sehr gerne. Komm mit diesen צand des wiegt hier, Geräusche rumstellt. Und das macht wahrscheinlich so viel besser bei uns. Und das macht, wie kann denn die Denda dann nach Antonin. Und das macht das macht? Und du musst du Alwaysahrstourierst.